Ja, ich denke schon. Wir haben gestern ein richtig gutes taktisches Spiel gemacht, haben den Gegner immer unter Druck setzen können. Und ja, ich glaube, die zweite Halbzeit hat dann auch gezeigt, dass wir uns dann durchaus gute Chancen rausspielen können und dann auch für ihn zwei Tore gemacht. Ja, ich glaube, Defensivarbeit geht ganz vorne los bei uns. Aber ja, wir haben es richtig gut gemacht, haben uns sehr gut verteidigt. Und ja, dass wir dann zu Null spielen, ist natürlich für alle ein großes Kompliment dann.